Das G36 ist das Standard-Sturmgewehr der Bundeswehr. Mit Ausnahme des Rohrs und des Verschlusses sind alle Teile der Waffe aus Kunststoff gefertigt. Das G36 hat einen Kaliber von 5,56 Millimeter und wiegt ohne Magazin knapp 3,5 Kilogramm. Mit ausgeklappter Schulterstütze ist es knapp einen Meter lang. Das Gewehr zeichnet sich durch einfache Bauweise aus. Es lässt sich ohne Werkzeug zerlegen und wieder zusammenbauen. Die Waffe kann ohne Einschränkungen von Links- und Rechtsschützen verwendet werden. Das G36 ist eine automatische Waffe. Wird bei einem Feuerstoß der erste Schuss abgefeuert, lädt die Waffe mithilfe des Gasdrucks, der bei der Verbrennung der Treibladung entsteht, automatisch die nächste Patrone. In das normale Magazin des G36 passen 30 Patronen. Die maximale Kampfentfernung des Gewehrs beträgt 500 Meter. Die Waffe drogen partir! Untertitelung des ZDF, 2020